äh, Fabo? Anwesend. Ich komme zum Shopping Street. Oh nein, hast du wieder den ganzen Server geprankt? Nein, nein, nein. Ich muss dir mal einen Shop zeigen. Du hast den ganzen Server geprankt. Habe ich das? Ja, hier ist überall Schnee. Nein, nein, nein. Oh nein, du zeigst mir eine Falle. Du hast mir noch nie was auf Serious in Minecraft gezeigt. Nein, nein, in meinem Shop, in meinem Shop. Ich bin da. Nein, 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 es geht. Oh mein Gott, heute wieder Minecraft. Gott. Okay. Ja, komm mit. Wir gehen jetzt zur großen Krabbe. Okay. Komm mit. Ja, ich komm mit. Nein, komm mit. Ja, ich komm mit. Hallo, geh jetzt zur großen Krabbe. Ja, ich bin da. Ja, dann lass doch mal ins Portal gehen. Nein, Fabo, jetzt geh dahin. Ich geh da nicht hin. Da ist keine Trap. Ich komm mit. Geh du doch dahin, komm. Ja, okay. Ja, ich komm doch auch dahin. Keine Sorge, Fabo, das ist nix. Ja, ne, komm scheiß drauf. Du hast mir noch nie was in Minecraft gezeigt und immer wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich zu den Kommentaren sag so, du schon wieder, du nervst. Und jetzt willst du mir was in Minecraft zeigen auf Serious? Ja, den Führertrollen. Gut, jetzt geht er lang. Ne, ich, ne, ich geh da wirklich nicht lang. Lass Wichtiger holen. Wichtiger hat so viel Dopamin in sich, der rennt dann fünfmal drüber. Okay, Fabo, aber wenn wir jetzt hingehen, musst du dich kurz dahin stellen. Da. Sonst stirbst du. Ja, okay, dann stell dich da ein, sonst stirbst du. Lass Heiko drüber laufen. Naja, der war, der ist, Isa und Heiko sind schon drüber gelaufen. Nur du nicht. Okay, renn du mal drüber. Ja, was geht, und? Ja, 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 ja. Du hast denn... Ents, 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 Ents... Okay, Entschuldigung, what the fuck. Da is nix. Okay, jetzt bitte deinen Fahrer, bitte. Lass Wichtiger drüber laufen, no joke. Ich glaub mir mal ein paar Karotten. Leise, 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 leise. Danke. Leise, leise, leise. Hugo mach bei dem. Ja, okay. Ich hab mir Karotten geholt, ne? Jauuu! Yeah! Ausbrawl! Wir killen uns selber, machen Cross-teaming und gewinnen das Game! Was? Ich hab keine Ahnung, ich hab nichts verstanden. Wichtig, ich bin in der ersten Sekunde in einem Lava-Eimer reingestanden und bin gestorben und bin raus gewesen. Hi, Jungs. Ich... Hi, was geht's? Hallo. Hugo will dir was zeigen? Du heiratest jetzt! Vom Shopping-District. Hugo will dir was zeigen. Komm, große Krambe. Komm doch, Fabu, komm doch jetzt! Hallo. Okay, ja lass zu Heiko. Okay. Nicht klar. Was willst du mir zeigen? Ja, lass zu Heiko. Okay. Ja, lass zu Heiko. Du hast halt zu Heiko. Uh-h-h-h-h-h-um Yes. Ich hab' da gesagt, ich hab' das hier geschmeckt. Ich hab' mich erschrecken sollen! Ja. Oh nein. Ey, was ist da? Ja, der Kalbi ist auch dahinten, dann weißt du auch, was da ist. Was, die zockt dahinten. Warte, Junge, du stört. Wir sind doch gerade dahin gegangen. Parvo, da passiert nichts. Jetzt geh einfach drüber. Das ist einfach nur laut, Parvo. Ich mach's Soundauf ganz laut. Oh! Ah! Ah! Oh mein Gott. Das ist hier echt laut. Digga, au. Okay. Das ist nichts. Wenn ich mein Lautstück auf 100, Digga, dann wäre ich ja gestorben eigentlich. Und was ist das? Ja, das sind 50 Kreis, ja. Na, und im gleichen Gefühl hab ich da auch. Wie geht's euch so? Mir geht's zur Wunderfolge gar nicht. Ganz schlecht. Gut, wie geht's dir? Auch gut. Das. Wie geht's dir? Ja, wunderbar. Puh, kannst du mir das nochmal erklären, das Geräusch bitte? Ich will's wirklich verstehen. Ja, ich hab Probleme beim Halt. Also, dass da irgendwie so schnell ist. Dann mach ich immer so. Das ist ein Reus-Bann. Das ist V8, oder? Nee, V8 ist der R8. Nein, nein, nein. Das war V6. Mach mal richtig V8. Ich hab keine Ahnung, was ist V8. Und jetzt mach mal Wehen. Mach mal Wehen. Mach mal Wehen. Der Hund ist weg. Geh mal Leerlauf. Und jetzt drück durch. Alter. Dehner. Ist der Hals jetzt frei? Jetzt hab ich Gänsehaut. Der Hals ist frei jetzt. Warte mal, Ugo hast du nicht vorhin gesagt, du hast einen Führerschein? Ich hab Führerschein, ja. Und du weißt nicht, was der Leerlauf ist? Doch, also ja, aber ich weiß nicht, wie das klingt. Also Leerlauf ist, wenn man keinen Gang drin hat. Oder? Das stimmt. Basti, bist du zu Hause? Ich bin unten, unter der Pyramide. Jetzt hab ich wieder ein bisschen Pyramide abgebaut. Oh, wegen Inkstex oder was? Ja. Oder hast du eine Kiste dafür? Ja, komm mal mit. Komm mal hier wieder raus. Ugo, wen? Was? Nein, auf gar keinen Fall. Warum? Nein, nein, zu viel Publikum. Mach mal. Ah, ja. Ich mach hier einfach rein, einfach. Und ich hab mit dem Hosen. Hey, sehr nice. Hose-Premiere. Sag du. Hup! 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 Warum? Ja, er kann wehen richtig gut. Also wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das hören will. Nein, willst du nicht. Nein, willst du nicht. Dann macht das Baby schon mal. Nein. Er ist ein neues Roleplay-Wunder. Wehen. Ich kann alles außer Behen und Wehen. Warum? Das ist zu viel Publikum. Dann mach nochmal, ich habe die Fortnite-WM gewonnen. Das ist das Gleiche. Wieso ist das Gleiche? Wenn du Fortnite-WM gewinnst, bekommst du Wehen. Ja. Warum? Was wäre dir denn nicht unangenehm? Was ist denn ein Sound, den du richtig gut kannst, der dir nicht unangenehm ist? Das kennen wir ja schon. Mario Party. Mach doch. Was? Ja Mario. Oder Mickey Maus. Ich bin unter Druck jetzt. Mach mal Mickey Maus. Was? Na ja, jetzt bin ich unter Druck. Jetzt kann ich das nicht hören. Mach doch. Ich kann das nicht jetzt. Mach mal, es reicht. Also so Auto-Motoren höher. Was ist? Also so ein Motorrad. Ist ja wie ein Auto, aber einfach nur noch ein bisschen höher gepitcht. Mach mal Ape-Crime. Mach mal Ape-Crime. Mach mal Ape-Crime. Was ist Ape-Crime, den kenn ich denn? Das kennst du. Das ist aber Ape-Crime. Achso, ist es das. Es reicht. Mach mal, es reicht. Ich trau mich jetzt nicht. Der zittert. Mach mal wichtiger nach. Mach mal wichtiger. Nee, wichtiger kann ich nicht. Doch, ich weiß was. Nee, was meinst du? Du weißt es doch. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Delfine. Was? Äh, den kenn ich nicht, oder? Doch, den kennst du auch. Mach mal. Was ist denn jetzt los? Warum muss ich Geräusche machen? Mach doch jetzt, Alter. Ja, aber du gesagt hast, was du alles kannst. Das hat doch ein bisschen Interesse geweckt. Ja, okay, was soll ich machen? Wichtiger. Mach mal wichtiger. Ja, wichtiger ist ja einfach nur... Was ist denn? Was ist denn? Was? Was ist wichtiger? Nein, nein, nein. Okay, dann weiß ich nicht, was du meinst. Nee, mach doch. Mach doch mal. Nein, endlich mach was anderes. Nee, mach doch bitte wichtiger. Ich weiß nicht, was du meinst. Delfin. Ja, hab ich doch gerade gemacht. Warte mal. Ah, come on. Was ist denn jetzt los? Alter, Junge. Was soll ich hier? Was soll ich hier, oder was? Was soll ich hier? Was soll ich hier? Kann ich bitte was anderes machen? Ja, okay. Du sagst immer, kann ich was anderes machen. Nee, okay, ab jetzt mach ich alles. Ja, dann mach halt nochmal, ähm, es reicht. Ja, darf ich hier rumtreiben? Ja. 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 Ja, ich sag schon. Warte, 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 warte. Okay. Ich darf nicht lassen. Er lädt auf, er lädt auf. Ich kann nicht, ich muss lachen. Bitte. Ach Junge, ey. Du machst so ne Show, jetzt mach doch einfach. Ja, okay. Hä? Warte. Okay. Ich kann nicht. Warte, gib mir kurz die Sekunde. Hä? Was ist denn los? Alter. Warte, gib mir kurz die Sekunde. Was? Was? Was passiert? Gib mir kurz die Sekunde, warte. Okay. Warte. Warte. Nein. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, warum ich gerade lachen. Super, nein. Ich glaube, dein Feuerzeug läuft aus. Da ist ein Leck. Bro, da passiert gar nichts mehr. Du musst jetzt anstrengen. Ja, ist okay, ich mach jetzt. Ja, ist okay, ich mach jetzt. Ich stehe, ich bin voll zu enttäuscht. Ja, ja. Ich will auch einfach nur enttäuscht sein. Ich mach jetzt zurück jetzt. Ne, jetzt hab ich Druck im Sack irgendwas. Und dann mach ich random. Äh, yeah. Was geht? Ach, nein, nein, nein. Warte kurz. Okay. Junge, bitte. Oder, oder, kannst du mich, kannst du irgendwas böses sagen? Und dann mach ich das, also mach dich. Also, muss, muss ich ganz, irgendwie so, du. Also, muss jetzt nicht ganz böse sein, aber ein bisschen böse, bitte. Ich kanns nicht. Ja, mach das Rad wieder an. Es war doch böse, oder nicht? Weil ich, das Ding ist, es geht nur, wenn ich nicht lache und ich lache gar nicht. Sogar Veto ist schon gemutet. Das heißt, wenn Veto genervt ist von irgendwas. Okay. Ah, jetzt mach ich. Ihr müsst, ihr dürft nicht zurück sein. Bitte, ich muss lachen dann. Äh, okay. Ja, alright. Sollen wir uns alle muten, oder was? Ähm, yeah. Ja. Nein, nein, nein. Ich brauch wirklich... Ja, dann mach was anderes, okay? Ja, okay, dann mach ich was anderes. One Day. Oh mein Gott, Digga. Ich meine, es gibt so viel. Ja, ja. Also, ich will es One Day machen. Ja. Ja. Du musst aber dann einstimmen. Nein. Warum nicht? Nein, du musst einen richtig, richtig ausführlichen One Day machen. Aber das versteht keiner. Ist ja egal. Bro, das erste hat er auch nicht mehr verstanden. Okay. Okay. Nein, stimm bitte ein. Dann geh ich mit rein. Nein. Dann geh ich mit rein. So richtig, ob das so... Jetzt mal... Als wenn ihr so zusammen jammt. Als ob ihr so was Kurses macht. Ja. Musikinstrument spielen. So, wir freestylen und ich muss den Beats so am Anfang anstimmen, so. Oh, du kriegst das jetzt hin. Jetzt. Kursst du aufs Mickey Mouse. Hä? 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 Nein. Wie kursst du jetzt auf Mickey Mouse? Ja, okay. Mann, Digga. Bitte. Er soll einstimmen. Bitte. Nein, er soll gar nichts. Was ist denn... Was sollt ihr überhaupt machen? Ja, das ist so... Ja eben, das kennt keiner. Das ist... Das ist... Niemand kennt das, was du machst. Du hast nichts zu Ende gemacht. Was ist? Du hast nichts zu Ende gemacht. Und was soll das denn überhaupt sein? Was ist das? Ja, das ist jetzt egal. Ja, das ist jetzt egal. Kannst du Tiere danach machen? Tiere, ja. Welches? Affe. Boah. Ein Gecko. Mach mal ein Gecko nach. Ich weiß nicht, was ein Gecko... Ey, das ist gut. Das war cool. So klingt ein Gecko. Boah. Digga. Einfach der so... Ja, das soll ja dein putzen gerade, oder? Ja. Du hast recht. Kannst du eine Ente? Ente? Ne, Ente kann ich nicht. Oh. Kannst du... Zu viel verlangen. Nein, nein. Aber ich kann Affe. Warte, soll ich mal eine Ente? War gut, oder? Hast du das gerade gemacht? Ne, ne. War eine Ente. Nochmal ist der Minecraft-Streamer. Die Ente aus dem Garten holt. Bro, war das dein Hund? Nein, mein Hund ist nicht mehr da. Der ist abgehauen. Nur noch nicht, dass der nicht mehr bei dir ist. Der hat Angst vor den Enten in deinem Zimmer, Alter. Da hätte ich aber auch Angst. Oder vor dem Gecko. Falsch. 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 Ja, die tellen uns den Gecko is Falsch.